Ein Traumgrundstück, direkt am See mit unschlagbarem Blick auf die Berge. Hier könnte er entstehen, ein Traum vom eigenen Haus. Auf dem Papier existiert er bereits und in meiner Vorstellung schon lange. Stück für Stück und aus dem Plan Wirklichkeit. Oder vielleicht entscheide ich mich für eine Eigentumswohnung. Beste Lage draußen vor der Stadt. Hier könnte ich sogar noch mitgestalten und meinen eigenen Stil einbringen. Oder kaufe ich mir etwas in der Stadt. Mittendrin im Herzen von München, zentral und trotzdem ruhig. Eine perfekte Geldanlage mit garantierter Wertsteigerung in den kommenden Jahren. Nicht schlechter Gedanke, oder? Ob Grundstück am See, Eigentumswohnung im Grünen oder Geldanlage in der Stadt. Die passende Finanzierung brauche ich so oder so. In der Beziehung ist meine Wahl längst getroffen. Bei der Reiber werde ich perfekt betreut. Auf Augenhöhe und mit dem besten Service für Immobilienprojekte weit und breit. Hier machen sie Ihnen wahr, meinen Traum von der eigenen Immobilie. Beziehungsweise für Immobilienprojekte.